Musik Im März 2009 wurde die Hall of Fame aufgenommen und jetzt sehen wir auf den Medienwürfel bemegende und emotionale Bilder aus dem Leben und auf der Klinik von Robert Müller Musik 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 Wir werden dich niemals vergessen Hier kommt deine Fahne mit dem Fahnenzinfonie Robert Müller Und das war die Fahnenzinfonie heute zum endtausendsten Einspiel hier in der Kölner Musik